Natürlich läuft mal wieder nichts so, wie es soll. Wer hätte das auch ge- Oh, sorry. Ich hab grad nichts gesehen. Oh, schade, 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 schade. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Ich arbeite überhaupt nicht für Eddie. Das machst du, mein Freund. Ich will gar nicht für diesen Kerl arbeiten. Hey, Steve. Hey. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, äh, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und, äh, wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschottet, haben ihn ausgeraubt und ihm drei Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht... Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ah, und wie? Na, damit. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für ne Scheiße geht denn hier ab? Okay, das sieht jetzt sehr nach Mathe-Spiel aus. Gut, eigentlich will ich gar nicht meine Munition verschwenden. Ich lass die mal machen. Nun, behalten wir die Wasser mal. Können die anderen ihre Schuss verballern. Ich behalte die lieber, wenn wir dann vielleicht doch mal irgendwie kämpfen müssen. Seid ihr natürlich... Wir müssen gleich. Ich weiß es nicht. Aber ich glaub, die kriegen die Hütte auch ganz gut alleine klein. Zeit für ein kleines Geschenk. Wie Tomate. Ich hab Molotow-Cocktails im Kofferraum. Hol sie und schmeiß sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Okay, nimm einen Molotow-Cocktail aus dem Kofferraum und fackel die Bar ab. Das hätte ich ja, ehrlich gesagt, gleich gemacht einfach. Ich weiß nicht, wozu wir jetzt da reingeschossen haben. Ich mein, die Hütte brennt dann sowieso ab. Aber gut. Wird in die Leere sein. Ruf. Okay. Und jetzt auf zur Gießerei. Steigt ein, Jungs. Wir treffen euch zwei am Haupttor. Bis gleich. Die zwei stehen direkt neben dem Ding, wenn das alles hochgeht. Aber gut, warum nicht? Kann man mal machen. Na gut. Das dachte ich mir schon bei Auge, Zahn und Zahn, dass die Hütte abgefackelt wird. Oh, na sowas. Das haben sie sich ja noch irgendwie verdient. Und schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Ich schaue mal kurz auf die Karte. Ach, das ist ja gleich um die Ecke. Na gut. Die Gießerei fackeln wir jetzt aber nicht ab, oder? Und Schießerei soll es ja eigentlich auch nicht werden. War ja die Rede von kein Blutbad. Na mal sehen, ob das was wird. Ich trau dem noch nicht so richtig. Mir scheinen die Jungs etwas über zu reagieren. Nur so ein bisschen. Hey, was habt ihr hierzu, du... Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Na sowas aber auch. Gut, dann gehe ich mal hier ein bisschen in Deckung. Äh, wie geht man hier in Deckung? Ich hab's vergessen. Wie gehe ich denn in Deckung? Oh je, ich hab echt vergessen, wie die Steuerung geht. Das tut mir gerade total leid, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Äh, Deckung... Steuerung links, alles klar. Das hat sehr viel ausprobiert, aber das nicht. So, gib mir mal hier die Pompse. So, wir sind hier unsere Gegner eigentlich. Aderpump. So, ich glaube, ich lege das noch ein paar Meter zurück. So. Gut. Das lief ganz in Ordnung. Wir stoßen vor und schauen mal, wie viele sich hier noch verstecken. So, das war's auch für die zwei. Der Herr da drüben gehört zu uns. Okay. So, den krieg ich nicht dort um die Ecke. Ich geh mal kurz bis hierher. Na, komm raus, mein Kleiner. Trau dich. Okay, dann nicht. Ja, ist klar. Bist du mich verarschen da drüben? Oh, 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 oh. Mehr kannst du nicht? So. Jetzt aber. Was ist das denn jetzt? Okay, ich würde sagen, ich verset mal nicht die ganze Thompson-Munition. Und steig dann mal hier auf die Pistole auch mit um. So. Geben wir doch mal hier noch mal hin. War meiner. So, das Moton-Geräusch nervt nur dezent. Und. So. Dass dir was einfallen. Ja, ich bin doch schon dabei. Ich verteil doch gerade schon Headshots hier. Meistens jedenfalls. Krieg ich den? Komm raus aus deinem Rattenloch. Nimm das, Arschloch. Okay. Haben wir noch einen. Oder wie sieht's aus? Ich sehe gar keinen mehr. Ach hier. Das war's. Fürs erste jedenfalls. Kommt da noch was? So. Wie sieht's denn aus, Jungs? Können wir weitergehen? Ich geh einfach mal, ne? Hallo? Gegner? Irgendwo? Ja, wenn ihr bis Lutten geht, geh ich noch eins weiter rum. Wir bleiben mal kurz hier, ne? Ach, die haben Gewehre. Alles klar. So, ich würde ja gerne mal die Seite wechseln und zu euch rüberkommen, aber, äh... Sieht gerade ein bisschen ungünstig aus. Befürchte ich. So, einmal die Schrott... Ja, nimm mal mit, bitte hier. Los. Schön. Aber ich bleib trotzdem erstmal bei der Pistole. Wir sparen uns mal die Muni. So. So. Einmal der Herr. Ich treffe dich auch durch die Ladefläche durch. Ist mir egal. Siehste? Ich bin der Beste. Du hast gar nichts gemacht, Kollege. Sackschuss. Und ihr finischt den dann noch hoffentlich mal. Jungs. Bin wieder da. Tötet ihn noch einfach. Was könnt ihr eigentlich? Alles klar bei euch? Ihr rennt ja einfach von weg. So. Ich... Ich geh da schon mal vor, ne? Wow. Gut, dann probieren wir's mal auf der linken Seite. Ist vielleicht ein bisschen besser. Bonjour. Der Herr. Los, ich geb dir Deckung, Vito. Du hast sogar Glück, du wirst wahrscheinlich überleben mit den Treffen, die du gekriegt hast. Los, los, los. Du weißt die Deckung, Vito. Komm raus aus deinem Rattenloch. Ja, trau dich. Äh, okay. Das war grad merkwürdig. Ich frag da nicht weiter nach. Ah, schlecht geschossen beim Ersten. Gib mir Deckung, Vito. Moment mal. Ich bin schon am Töten. Wenn ihr mir nicht ständig vor die Linse rennen würdet, dann würde das auch ein bisschen besser funktionieren. So, oh, hier sei einer. Dann wird schon mehr dazu. Okay. Ich geh mal hier hinter den, äh, Zug, äh, geh hinter den Güterwaggon-Deckung, was wir da machen. Nix da. So, der hält aber einiges aus, Mensch. Nur Oberkörpertreffer und der lebt's immer noch dran an. Ist du okay? Oh. Gebt dir Feuerschutz, bewegt dich. Ja, glücklicherweise hat Vito ja super Selbstheilungskräfte. Weiß er so, Vito. Wie weit ist es noch? Sind wir schon da? Ach, Gott. Alles klar. Ich seh den Herrn. So. Er sah mich offenbar nicht. Gut. Oh, da drüben haben wir einen mit. Okay. Showtime, Vito. Den holen wir uns. Kein Ding. Lass mir noch was übrig, Arschloch. Los jetzt. Zack, zack. So. Schleich dich von hinten an. Ich höre nichts mehr. Es ist Ruhe. Das ist schön. So ein bisschen Muni vielleicht. Keine. Aber es sind doch noch welche da. Ist einfach nur die Musik ausgegangen, wie es scheint. Was geht denn mit euch ab hier? Okay, die kämpfen wir aber alle nicht mehr. What now? Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen? Uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahr ich nach Hause, essen Steak, nehmen eine Dusche und gieß mir einen hinter die Binde. Na dann, viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Ja, Geld finden vor allem. Scheiße. Wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette für den hier. Rück Derek mindestens ein Riesen raus. Okay, das wäre jetzt der. Wir treffen uns im Falcon. Klingt gut. Bis dann in der Bar. Das war ja jetzt... Da musste man jetzt kein Genie für sein. Warte mal, wie ging denn das hier gleich? Bolzen bewegen, Rücktaste... Okay. Da musste man jetzt kein Genie für sein, um auf die Idee mit dem vertickten der Karten zu kommen. Aber gut, bei Joe, naja. Ich schätze, die gibt sich gerade als meisterhaften Strategen ein, sagen wir es mal so. Um es mal vorsichtig auszutun. Gut. Dann gehen wir die Karre mal verticken. Wir dürfen sich auf jeden Fall erstmal ganz gut fahren, muss ich sagen. Und ich glaube, wir können auch einiges an Geschwindigkeit hier machen. Oh ja. Bremsen funktionieren ganz passabel. Ich glaube, es ist auch relativ leicht. Dadurch ist es natürlich auch ein bisschen einfacher zu bremsen bei so Geschwindigkeiten. Und hier habe ich nur gerade Probleme mit der Kamera. Die driftet nur noch so weg zur Seite. Komm, wir müssen hier lang. Okay. Gucken wir mal kurz auf den Radar. So, falsche Taste gedrückt. Passiert. Okay, natürlich runter zu den Docks. Ja. Ist ein Stück, ist ein Stück. Ja, schon. Kommen wir nicht bald besser, wenn wir hier auf den Highway machen? Mal schauen, ob dort eine Auffahrt ist. Wenn ja, wenn ich hier wahrscheinlich nehme, ist es zwar der längere Weg, aber wahrscheinlich der schnellere. So durch die Stadt ist das ja immer so eine haarige Geschichte. Da muss man ja immer mal schauen, dass man sich irgendwo dem Leben begegnet oder dass einem keiner von der Seite reinfährt. Oder von vorn. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts. Na gut. Dann nehmen wir das Fußgeld mal so hin. Ja, wir bezahlen. Komm. Scheiß auf die 50 Dollar. Das ist gut angelegt. Ich will deine Visage nicht mehr sehen. Ja, ja. Darf ich jetzt? Ich habe es einig. Ich muss die gestoltene Karre verticken. So. Ich muss aufpassen, dass ich den Bullen dabei überfahre. Das habe ich ja auch schon. Okay, wir kommen ja gar nicht drauf gerade. Das habe ich ja auch schon vollbracht. Den Bullen dabei umzufahren. Beziehungsweise beim APR 1. Das weiß ich noch ganz genau. Da ist der Bulle aus irgendeinem Grund vor mein Auto gelaufen. Und ohne, dass ich ihn wirklich umgefahren habe, hat er sich dann umgefahren gefühlt. Und hat mich dann, war da der Meinung, mich verfolgen zu müssen unbedingt. Das war nicht so schön. Ja, ich hoffe mal, das hat uns ein bisschen geändert, dass sowas nicht mehr vorkommt. Das war damals, da habe ich mich schon ein bisschen verarscht gefühlt. Ich glaube, das war sogar ein ganzes Play, oder? Ich weiß es nicht mehr. Na gut, auf jeden Fall kommen wir ja relativ schnell vorwärts. Wir müssen ein bisschen mit der Geschwindigkeit schauen, dass wir hier nicht allzu schnell fahren. Sonst muss ich mir gleich fünf Strafzettel auf dem Weg nach unten bewältigen. Alter, bleib doch einfach auf deiner Spur. Ich fahre doch schon rüber, nein. Ich glaube, ich hatte ja am Ende mehr Leben durch das hier, als durch die Schießerei vorher. Oh, die Karre drifte da noch. Ja, wäre jetzt nicht unbedingt mein Traumbaby, muss ich sagen. Das ist ja auch, glaube ich. Kann man mal mit fahren, ist auch schön schnell. Das ist aber auch schon alles. Einmal in die Plätze gestiegen. Und schon sind wir da. Welcome to South Road. Hier waren wir ja schon öfter. Das heißt öfter, einmal eigentlich erst, ne? Aber kommt mir halt so ganz vor. Ist ja die Ecke, in der auch Derek seine Jobs anbietet. Beziehungsweise in der Derek einfach arbeitet. Und mit denen haben wir eigentlich auch noch nichts weiter gemacht mehr seitdem. Ich müsste mal schauen, ob es da vielleicht irgendwelche Nebenaufträgen wirklich bewältigen könnte. Ist ja hier an der Ecke. Auf jeden Fall verschiffen wir jetzt erstmal die Karre. Und ich nehme an, dass wir das danach noch öfter tun können werden. So, oder? Gut. So, muss ich noch was machen? Nö, bloß mich entfernen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar.